So Freunde, wunderschönen guten Morgen hier aus Köln, scheiß Wetter, aber egal, wir machen uns trotzdem auf den Weg zu Gämpf, kommt das Problem an der ganzen Geschichte jetzt, ich bin einigermaßen richtig krank, irgendwas habe ich mir eingefangen, dementsprechend wird es umso später heute länger da zu bleiben, wir versuchen es trotzdem, ich werde ein paar Stunden mich hinquälen und nochmal versuchen ein paar von euch zu treffen, natürlich will ich keinen anstecken, aber vielleicht jetzt trotzdem werden wir irgendwelche verrückten Autogramme wollen oder sowas, von daher machen wir uns jetzt gerade auf den Weg, es ist jetzt kurz nach neun, normalerweise machen wir uns spätestens neun da, weil ab neun können die Fresseleute hier rein und dann ist es halt noch schön leer, man kann die ganzen Sachen anzocken, aber so ist es jetzt nun mal halt so, dass wir ein bisschen später gefahren sind, aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich auf der Messe wieder. So Freunde, wir sitzen jetzt hier gerade in unserem quasi Netzwerkenbereich, in unserem abgeschotteten, der durch allen ganz krassen Details auch nicht gefühlt ist, ist immer noch sehr cool jedes Jahr wieder, da ist Allianz, beziehungsweise Gamestop, wo ich da bin, immer so einen quasi gesonderten Bereich nochmal, wo es Essen gibt, wo es Trinken gibt, wo man die ganzen anderen YouTuber treffen kann, die so im Netzwerk sind, Pete Smith war jetzt beispielsweise die ganze Zeit hier, gestern der Badeschlappen, der ist ja auch im Netzwerk drin, wir haben sehr viele, wir machen, ich zeige euch gleich noch mal ein paar Bilder, die werde ich gleich mal einwenden und wir sind da laut direkt gegenüber, ich weiß auch gerade, ob ihr das verstehen kann, weil es ist sehr laut hier, denn wir haben hier die jetzt gleich wieder ins Gamescom, wo natürlich die ganze Zeit Party ist, also ist schon echt cool und ich würde sagen, wir sehen uns dann draußen nochmal bei der Ahnung, dann sind vier Bilder passieren, wir werden mit der noch ein Bierchen trinken, aber ansonsten werde ich mich zumindest schon nochmal einen Weg machen, weil mir geht es halt wirklich nicht so gut und ja, müssen wir mal schauen, was da noch so geht heute, ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Ich muss dich noch mal fragen, was der jetzt hier von den Hannoveraner anhält, ich habe mal eine Frage an dich, Urteil der Fortuna, ja, 7-1 für aus Süßendorf gegen Rotpreisessen, die Geschichte, ja, ja, aber was hältst du denn vom Dieter? Weiß ich denn, wer der Dieter überhaupt ist? Der Didi! Der Didi, genau! Der Didi! 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 Also hat ja schon geknipst hier! Ja, richtig! Ich freu mich auf jeden Fall, dass er da ist! Ja, ja! Was sagst du zum Charlie? Ich finde den Hammer! Ich freue mich auf den diese Saison! Ja! Wir haben uns auch noch den Didi und ja! Aber einen guten Tausch gemacht hat auf jeden Fall! Ja, 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 ja! Also, ich hätte den Charlie auch lieber gehabt, also, ein Charlie, ne? Kann ich gut nachvollziehen! Aber er ist ja allgemein so, ne? Er ist ja quasi eine neue Transfermarkt von Fortuna, Jano, Verrani, Abbevor, Adi... Ja, genau! Also, ich muss auch sagen, Abbevor finde ich auch ein Bombenspieler, finde ich scharlastet, wenn ich Einsatzzeit bekomme. Ja, das stimmt. Weil er einfach das, äh, defensive Mittelfeld enorm unterstützt, unwahrscheinlich sicher ist und meiner Meinung nach viel zu wenig Spielzeit. Also, Frank, wenn du das hier siehst, ne, müssen wir uns mal unterhalten. Und im defensive Mittelfeld haben wir auch noch ein 6-0, so, oder? Das klingt so. Ja, aber der hat ja einen Kiefer komplett, der Mann, der wird ja nicht spielen dürfen. Erstmal nicht, aber gut. Ja, wahrscheinlich nie wieder. Ja, nie wieder? So schlimm? Was man hier so alles erfährt, ne? Wahrscheinlich schon. Ja, leider. Also, Pinto war auch ein charismatisches Kerlchen. Das ist auf jeden Fall. Kampf, danke. Ja. Aber diesmal gut. Dankeschön für deinen Eintritt. Bitteschön. So, was haben wir hier? Kiezt-Mied-Eskalation läuft auf jeden Fall. Jetzt wird Dagi mit vorhin. Dieser Typ, Werder, hat uns gezwungen, hier mit herzukommen. Und sich Dagi Bee anzugucken. Ja. Den muss man sehen. Und die Lockies. Den Dagi Bee und die Lockies. Wir sind jetzt auf dem Video-Day. Oder auf dem Video-Day. Oder sonst was. Ja, ich hab auch nicht. Ja, das wird noch so anstrengend. Und ich wollte eigentlich schon längst zu Hause sein und auf Fußball gucken. Wird wohl nichts. Ja. Ihr kennt das ja. Ich vergesse immer meinen Zettel und weiß dann immer nicht, wer in diesem Video drin war. Wer? Dena? 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 Dena! Dena! Wer zum Bier kommt? Komm. Dena! Willst du denn? Dena! Jaaa! Das reicht einfach. So Freunde, wir sind raus aus dem Video Day. Die Lochis waren dann doch ein bisschen zu viel für unsere Nerven. Es ist echt unnormal, wie die Leute abgehen teilweise, weil da so ein Däger auf der Bühne rumhüpft. Oder so ein, wer war da noch da? Shirin, ich kenn die nicht mal alle. Ganz ehrlich, weißt du? Aber solche Leute wie Juli geht ins Blog. Oder wie Ello und Chicks, die wenigstens lustig wären. Nee, die sind die auf der Bibel's Beauty Palace natürlich auch. Das ist echt ganz, ganz schrecklich. Na ja, gut. Meine Ohren tun auf jeden Fall weh. Ja, meine Ohren. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zum Vapiano. Wir essen jetzt noch schön. Und heute Abend geht's noch auf die Aftershow-Party. Eigentlich bin ich ja krank, ne? Und mir geht's auch eigentlich nicht so gut. Aber ich kann... Ja, ganz ehrlich, was soll ich denn machen? Wenn mich so ein sympathischer Kerl hier quasi dazu einlädt, dann muss man natürlich auch Ja sagen. Und von daher sehen wir uns beim Essen oder so wieder. Bis gleich. Ich muss ja jetzt Swoosh machen, ne? Ja. Swoosh. Wahnsinn. So, wir sind jetzt beim Vapiano. Ich bin leider jetzt noch echt ein bisschen fertig schon. Aber wir werden jetzt hier gleich noch ordentlich snacken. Und diesen Mal eben nach Hause. Meine Ohren sind auch katastrophal. Dann diesen Mal eben nach Hause, laden Akkus auf und machen uns fertig. Dann geht auf die Aftershow-Party. Und ihr kennt die Geschichte im Zaubernetzes Essen, ja? Swoosh. YouTuber-Aftershow-Party mit... ...Mikro. Das wollen wir nicht sehen. Mit Schlappi. Mit dem Doktor. Morgen. Mit Dago. Mit mir. Ich bin der Hauptteil. Komm morgen Geburtstag in... Da oben kommt noch welche. Da wird reingefeiert. Ja, eine Stunde und 20 Minuten Geburtstag. Da wird heute noch reingefeiert. Also... In ein paar Stunden. Ja, warte. Ich muss noch ein bisschen filmen. Hier. Noch mehr Leute. Wupp, wupp. Und dann andere unter Kevin und so weiter. Der Dom sieht übrigens echt geil aus, oder? Da muss echt eine schicke Kulisse aussehen. Ja, und vor allem der Typ, der da vorn steht. Aaaaahhhh. Okay, wir gehen mal rein, würde ich sagen. Ich brauche nur einen Club-Fütter. Das stimmt eigentlich, ne? Was sollte es übrigens vor einer halben Stunde gehen? Eigentlich. Eigentlich. Eigentlich wollte er von einer halben Stunde gehen. Hat er nicht geschafft. Hat er nicht geschafft, ne? Hat er nicht geschafft, ne? Du kannst mich hier aber nicht verlassen, ne? Und da habe ich mir nichts auch gemacht. Ja, ja. So und zu so. Ja, genau. Das habe ich gesagt. Let's play Barney. Abonnieren, favorisieren und teilen. Richtig geiler FIFA-Kanal. Und... Wer denn der Barney helft mir? Ähm... Mag stinken. Tschüss. Er, schau zu. Er, schau zu. Ja. Imá. Er. Er, schau zu. Vielen Dank.